der server wird gestartet hallo ich auch ich mach mal eben den regen leiser nervt guck mal jetzt packt hier unten der feuerball rum siehst du das guck mal her ich habe es wo bist du komm hoch ja das weiß ich aber trotzdem der hinten nach oder ist er schon gemacht er ist nicht meines wissens nach der sieht auch heiler aus weil ich bin ja drückt was sagen sagt das sagt das nicht zu laut oder ist ein skelett ich habe angst wo wirst du spinne er wollte die wissen sich gegenseitig jawohl so sieht es aus hier hallo kommen ein ob man den spanner ja das ist ja ich brauche feile lieber ja die sind über ja immer möchte ich habe noch ein paar ich habe als selbst nur drei ich kann es hier noch monster sparen hallo spiderman tschuldigung 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 ja warum warum man hier ist die spanner sind viel wichtiger hier ist ein boss skelett war das ne oh 18 auch direkt unterm loch weiß hat sich auch vergiftet wegen wir warte 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 danke hallo kauf da oh oh was war das denn bitte eben da sind auch für immer vier skelette gespawnt vielleicht könntest du zuerst wir teilen uns die saft nachher aber auch ist ja fair alles meins ja ich liebe noch warte ich komme wieder rein warte auf mich oh da unten ist er ich sehe ihn ich bin schon da ja dann mach du er gibt doch so ein starpice ich weiß nicht was man damit machen kann aber man kann was damit machen ich wusste nicht hin der weg ne da unten oh nein der ist kaputt gegangen da sind nur noch die xp da xp brauch ich eigentlich gar nicht ich brauch nur den starpice ja meine rüstung ist halb kaputt weil ich keinen eisenhoch weil ich habe keine schuhe mehr an sie hatte nur noch schuhe an sie hatte nur noch schuhe an was was war das eigentlich keine ahnung komm her ich bin unterwegs lass den post diesmal nicht machen lass einmal runter springen warte mal kurz zählen eins zwei drei vier fünf eins zwei drei jetzt komm mal rein ok lass mal die vorletzte kiste die kiste nicht aufmachen dann spawnt der boss nicht warte ich zähle die etage zwei drei vier merkt ihr das ist die vierte etage oh nicht pass auf den küber 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 runter komm runter ja ich bin schon unterwegs oh hu 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 alter guck mal was der küber von hi komm jetzt auf ich mach aus mein gesicht raus gerne doch oh ich hab ne iron picket dann kannst du jetzt auch mal ein bisschen spawner abbauen ne ja mach du mal hier ich hab schon so viel eisen dran verschwendet ok das war die vierte etage oh alter alter der schleudert mich ja durch die wach 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 jetzt verpisst euch nochmal hier ich bin gleich tot ich spring runter ja das hat mich auch rausgepokst ich hatte nicht mal eine oder zwei Leute und habe mich rausgepokst oh es wäre jetzt aber nicht nötig gewesen dann hätte ich halt hier unten gewartet bis wir heile sind blöd das war so einfach ok warte ich muss nochmal nachzählen ich bin mir nicht jetzt sicher 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etagen kann das nicht das heißt wir dürfen die vorletzte nicht aufmachen sondern die 9. Etage äh die 8. Etage oh ich kann den ich kann den Skelett nicht schlagen oh ich kann dich schlagen ja das Skelett war kumm lass stehen 3 3 1 ah jetzt ne der Server lag gerade extrem glaube ich weil jetzt ist das war einfach nur buggy 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 4 meins warte 4 wir teilen nachher sowieso 4 ok 4 oh ist hier los hallo ey wo sind die Spinnen da oben 4 oh 4 das ist die 5. Etage 4 oh oh 3 3 nerperlen das heißt mit noch einer dann kann ich äh oh scheiße der Boss hast du den gehört? mhm das ist der Boss eben? das ist der Boss eben? das ist der riesen Knall war das der Boss? Ich bin raus. Zähl du mal bitte auch noch mal die Etagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Oh, ganz oben ist auch noch eine, ne? Ich bin drauf, aber ich hab ihn. 1, 2, Gehst du wieder hoch? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin dritte Etage. 3, Scheiße. Dritte Etage bin ich, muss ich mal merken. Lass mich nicht vor, ich bin noch nicht vergiftet. Ich verliere auch kein Leben durchs Vergift. Ich regeneriere so schnell. 3, das müsse die 5. sein, hast du mitgezählt? Ja. 5. ok. Die 9. nicht aufmachen. 5. 5. Entschuldigung. Ja. Ich stehe mich hier die ganze Zeit ehrlich. Ja, du bist einfach von hinten ran gekommen. Eiskalt eine Diamantspitzhacke gedurbt. Boah. Der Boss. Runter, runter. Nimm die Kiste mit und runter. Ja, du bist lustig. Ich bin rausgeschossen worden. Ich kann die Kiste nicht öffnen. Ok, ich könnte, ich habe aber wenigstens eine Diamantspitzhacke mitgekragen. Die sogar verzaubert ist. Bist du? Komm her. Mit der Effizienz 2. Kommt der Boss runtergehopst? Ne. Ne? Ok, schade. Da geht auch nichts ran kaputt an dem Turm. Ja, weil der Boss noch nicht tot ist. Der geht erst kaputt, wenn er tot ist. Ok, ich würde sagen, wir können wieder nach Hause wandern, oder? Meinst du? Weil die Folge hat nur noch 8 Minuten. Können sie mindestens das Piratenschiff nochmal abgasen, ob ich dir alles mitgenommen habe? Oder ob ich es so gemacht habe? Da hinten meinst du? Nein, das Piratenschiff habe ich nicht gemacht. Das war einfach nur, ich bin da gestorben, bin rausgegangen wieder. Der Boss lebt sogar noch von dem Piratenschiff. Ok. Aber die Bosse vom Piratenschiff sind noch besser. Und die haben richtig geile Sachen. Also... Boss Etage vom Piratenschiff. Naja, ich weiß. Da machen wir auf jeden Fall rein. Warte mal ein bisschen, wie wir uns einsortieren müssen. Die Pfeile bitte nicht. Da, das habe ich, äh, wunderschön. So. Emeralds. Die Emeralds. Bei die bin ich richtig stolz. Die brauche ich nämlich noch. Einen Emeralds. Dann kann ich mir wieder einen Spiegel bauen. Dann kann ich mir wieder einen Spiegel bauen. Oh, ich habe 10 Stück Emeralds Shard. Ich habe 15, glaube ich, hatte ich. Das ist ja auch unter Wasser. Siehst du das auch unter Wasser? Ja. Alter, geil. Das könnte sogar was Gutes sein. Ich gucke mal. Wo bist du überhaupt? In vorne. Bin da drüber jetzt. Ich brauche mich da mal jolohaft rein. Hä? Oh, da ist ein Silberverströmer. Ja, Lolo läuft bei dem. Komm mal hoch. Sieh dich nicht. Ist hier eine Luftblase irgendwo? Ist hier eine Luftblase? Ne. Okay, hier gibt es wirklich nichts. Luftblase? Okay, Luftblase. Hier gibt es nichts. Ist einfach nur so eine kleine Ruine. Hab ich so das Gefühl. Wurde ich mir durchgeschraubt. Ich habe hier Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Luft. Nichts. Gar nichts gibt es da. Wo bist du? Hallo. Hier hinten. Hallo. Hallo. Ah, da. Hi. Das ist ganz große, ne? Ja, das ist aber auch schon halb gemacht. Ich glaube ich. Das ist für zwei Mann nicht schwer. Ich glaube ich. Danach noch eine Folge auf. Wie darfst du nicht, ne? Nein, nee, darf ich ja nicht. Ja, ja. Ist das Pilatschiff in die Luft gesprengt? Oder leg das noch nicht? Nee, ich glaube das sieht echt ein bisschen durchgenodelt aus. Ich glaube das ist falsch genodelt, weil... Dahinten steht auch ein Boot. Also kann es sein, dass es schon gemacht worden ist. Ja, aber da oben sind auch Kisten. Und ich möchte immer in die Kisten einfach noch reingucken. Weil ich kenne so ne Leucher. Oder Leuch... Zumindest vergessen viele was in die Kisten. Was eigentlich ganz gut ist. Und hier ist das TNT. Kannst du dir mit nennen. Als das TNT brauchst, reicht zwar. Nee, brauch ich nicht. Dann... Brauchst du es nicht einsammeln. Okay, das ist wirklich schon gemacht. Ey, soll ich dir mal die YOLO-Kanonen zeigen? Die sind richtig geil. Abschießen? Oh mein Gott, mach doch! Tschüss! Hehehe... Liebe diese Kanonen. Killer Kali. Entzündung! Entzündung! Gezielte Sprengung! Jawoll! Weil ich muss mal darauf achten. Der oberste Vordere, der schwebt ja noch weg, ne? Also der fliegt wirklich weg und explodiert dann woanders noch. Okay, hier müssen wir die Kisten ausräumen. Das sind Piratenkisten. Ach, die, ähm, drüben. Hier irgendwo müssen die Kisten, wenn die schon leer sind. Ne, die sind doch alle voll. Da war, da war wirklich noch keiner hier drinnen. Gerade schon wahrscheinlich. Hehehe, alles ausräumen. Hier Iron Boots, brauchst du ne Rüstung? Ja, ich brauch nur mein, äh, Ding ins da. Na? Hier, ähm, meine Schuhe. Schuhe? Hab ich sogar hier. Nimm dir. Liegt an dem Pfeiler da. Hinten, hinter dem Pfeiler. Ah. Äh... Du lässt aber auch manche... Alter, du hast einen Iron Dagger drin gelassen. Oh. Hab ich schon rausgekommen jetzt. Okay. Das waren aber nur die... Da oben sind noch Kisten. Die sind vollgestoffen und richtig geilen Zeug. Und der Boss ist schon tot. Hier. Goldbau. Weil in der Bogen. Musikdisk und Goldblock. Goldblock, ja. Ist das jetzt nicht so, dass... Hammer die... So. Ich bring da mal runter, ne? Hast du alle Kisten schon? Ja, haben wir schon alle Kisten, oder? Steht da oben gleich. Hier ist ein Eisenschild, aber drinnen. Eine Rose, 8 Emeralds. Oh, du hast alle. Hä, wo denn? Ach, da war auch noch eine Truhe. Ach, zu scheiße. Ja, die sind versteckt schon ein bisschen, also. Ja, Redstone. Mal klar, dass du das nimmst, ey. Ja, wir teilen uns alles auf, was wir haben. Also so ist es zumindest fair. Bist du runtergesprungen? Noch nicht. Oh, runter springen? Zu spät. Jolo. Hi. Hi. So, und jetzt auf den Sumpf drauf und nach Hause, weil wir nicht meine Rucksäcke sind auch alle voll. Ne, meinst du noch lange nicht? Ne, meinst du noch lange nicht? Ja, ich nehme auch jeden Shit mit. Ich nehme da Sand und Erde mit. Ich bin wirklich so ein alter Messi, ich nehme alles mit. Einfach total old. Ich bin doch schon neunmal gestorben, weil ich diese Messinghaftigkeit könnte. Du, das Firma. Kann man auch ändern. Wo pisst ich? Ich schlage. Hopp. Probier sagt man hier aus. Denk dir gerade, wir sind in einer Stadt, wir müssen zusammenarbeiten. Ich verschwende nicht. Ne, meine, meine… Ich bräuchte meine Pfeil an, Jo. Hihihihiii. Der Halle, es hat Schaden. Guten Tag. Du hat Claude, du wirst du mal treffen, bitte nicht. Nihihi. Die, du schaden mache dich bitte mit dem Ding. Hopp. Wiss ich? Er will nur treffen, du. Kurze ausprobieren. Jaaa, so, einen knappen Halben. Bo, ich habe, nein… Wie viel macht mit dem Goldbowl? Ich habe einen Reinforst-Bow. Ich habe einen goldenen Bogen. Sehr richtig gut, Warte. Danke. Scheiße, ich habe einen goldenen Bogen, guck dir das an. Ja, ich weiß, hast du mir schon gesagt. So, jetzt nach Hause. Ich gehe nach Hause. Da. Oh mein Gott. Ja, du läufst in die Richtung. Echt? Oh, hier sieht alles sumpfig aus, deswegen. Ja, ich mache dir Wegpoints. Guck mal, was da fliegt. Ja, ich weiß. Warte, das kann ich wegschlagen. Guck mal, hier ist irgendwas, was ich nicht kenne. Erklär mir das, man. Lacka liegt. Das ist ein Portal. Das ist ein Portal, wenn du reingehst, kannst du dir gut sterben. Achso, das ist super. Das ist ein Portal, das sich in so einen Dungeon bringt. Und da kommst du nicht so einfach wieder raus. Manchmal. Wenn du Pech, ihr Glück hast, dann ist es übelgeil. Dann findest du ja geile Sachen. Und kaum Monster, kommst du wieder raus. Wenn du Pech hast, kommst du nicht in den Limbo. Und dann musst du in tausend Wickel laufen, wo du so bist du rauskommst. Du bist dann auch in der Welt an einer ganz anderen Stelle. Da brauchst du auch gute Sachen für. Also ich hab da jetzt kein Problem mehr, meine Sachen da reinzugehen. Aber auf jeden Fall waren die zwei Folgen, die wir jetzt am Stück aufgenommen haben, sehr geil. Ja, gute Sachen. Ja. Aber wir überziehen schon wieder leicht. Aber jetzt nach Hause lassen wir nicht nehmen. Nee. Lass ich mir nicht klauen. Nach Hause weg. Morgen, wenn ich 4 aufnehmen, nimmst du morgen auch aufnehmen? Mal gucken. Aber ja, nicht so schnell. Ich gebe mein Tempo. Ich muss schon mal meine Sachen einsortieren. Ich gebe dir heute noch was von. Und du auch, von meinem. Ja. Das, was du hast, ist ja zum Beispiel ein Whetstone oder Diamanten. Ja, jetzt da. Naja, ich hab meine Diamanten. Ich hab aber 6 Diamanten. Keine einzigen. Aber wemwals, was du hast, das kann man mal teilen. Sonst ist das nicht fair. Genau. Killer Kalimate. Ich bin zum Dumm zum Springen, weißt du? Bist du immer noch im Sumpf? Ja. Ich bin schon wieder zu Hause. Ja, schön für dich. Du machst dich hier der Entschuldigung, warum war nämlich lustig, oder was? Nee, ich sag dir nur, dass du die Gegend inließ. Richtig. Du genießt die Verschluckt, ich weiß. Wie kann man den Wegpunkt setzen, sag mal? Auf der Karte, dann, dann, rechtsklick. So, ich, ähm, leg das mal an deine... Ach, nee, ich leg gar nix in. Geh erstmal rein und mach Beute. Ausschau, was ich da habe. So, erster Rucksack. Mensch, erstmal Müll wegpacken, ja. Ernst, Rüstung, braucht noch keiner. Brauchst du Rüstung? Äh, welcher? Ich hab Eisen. Wart mal. Und Gold. Ey, Gold Rüstung geht ja schnell kaputt. Aber Eisen kann ich dir eine Kopplette geben. Warte mal, ich wollte nochmal eben hier zum Entschuldigung. Entschuldigung book. Ach so, kann ich noch gar nicht, ja. Kann ich noch gar nicht verzaubern, das ist aber scheiße. Ähm, mich mal. Ich verzaubert meine Rüstung. Was du unbedingt machen musst, ist deine, deine wichtigen Sachen auch Soul-Termal verzaubern. Wenn du stirbst, bekomm die mit. Ja, das red ich's. Du kannst eine Rüstung auch, äh, reparieren. Also ich entscheide meine Rüstung voll, also ich kann sie ja einfach reparieren. Ich hab eine Shane-Rüstung. Ist sie gut? Das ist, äh, nicht gut, nein. Beziehungsweise eine Eisen-Rüstung. Schon besser, aber ein Shane ist ja, ja. Soll ich an-breaking auf meiner Rüstung? Du kannst machen, also musst du aber nicht so. Ah, nee, ich gucke, gucke erst mal. Hier endet Perlen, das ist ganz wichtig. Markus? Ja? Weißt du, was ich für einen leeren Stab habe? Was denn? Hallo. Machen wir mal kurz. Ich muss erst mal hier die an die Truhe ran. Markus liegt auch hier bestimmt noch. Darf ich dich mal kurz ärgern. Ey! Was ist er für ein Stab? Vergiftungsstab. Wie heißt der? So, man kann ja sein, dass ich die Scherbe, nee, gut. Nein, an Vergiftung kommt man nur ein halbes Herz maximal runter. Sonst hätte ich das niemals gemacht, wenn du da gerade sterben kannst. Ey, ich wollte gerade schon sagen. Ich dachte, was bist du für Charakterschwein hier? Ich weiß schon, was ich da mache. Warte. Ich kann, als er Entschädigung hier auch. Ich glaube hier, guck mal her. Guck mal her. Ja, warte eben. Die Truhe sichern. Ja, das reicht. Ich habe ein Krieggru. Guck dir, nimm das Schwert mal auf. Keine Ahnung, was das ist. Notarsfall, hier hast du Eiffel. Das ist keine Ahnung, was das Wort hat. Habe ich aber auch, glaube ich, dabei. Aber ich mache jetzt immer die Folge Schluss, die ist schon wieder viel zu lang. Ich mache nächste Folge lieber weiter. Mit ganzen Gisten einsortieren und so. Ja. Ich beende die Folge bei dir am Haus. Achso, du bist schon wieder fast tot. Ja, es geht noch. Kann ich dir nochmal vergiften, oder? Guck mal, wie riesig der Stabung ist. Ja, warte. Guck mal, ich habe jetzt... Warte mal, das mache ich noch eben. Die vier Bücherregale mal platzieren, ja. Gehen wir mal weg da. So. Ich zauberere jetzt mein Steinschwert. Nee, ich kann meine... Mein Diamantel kann ich reparieren. Jetzt haben wir... Maximal ist Enchantment Level 32, immerhin. Super. So, ich beende die Folge hier. Ich beende die Folge auch hier. Dann, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.